Was geht ab Leute? Team Bubblet hier. Mal endlich wieder mit einem Video. Das war heute mit einem Deckvergleich. Ich habe letztens auf einem Turnier Meister Teller gezockt. War ein schlechtes Deck. Ich habe auch ein paar Leute gesehen, die Firefist gezockt haben, da jetzt ihr Coach wieder auf 3 ist nach der neuen Liste. Da sind mir ein paar Ähnlichkeiten aufgefallen zwischen den 2 Decks. Deswegen werde ich die heute mal vergleichen. Und wenn das Video ankommt, wird daraus vielleicht ein neues Segment. Fangen wir mal an mit der ersten Karte. Der Hauptengine, dem Searcher des Decks, der alles startet. Auf der Satellaseite natürlich der Nap. Wenn er beschworen wird, könnt ihr einen Satellermonster auf die Hand holen. Aus dem Deck. Außer ihm selber. Das Besondere ist halt, dass er einen Effekt auch kommt, wenn er gespecialt wird. Das ist halt bei den meisten Searchern, äh, Themen-Deck-internen Searchern halt nicht so. Abgesehen von Stratos zum Beispiel. Der ist halt gebannt. Darin merkt man halt, wie stark das ist, der Effekt. Und auf der anderen Seite Firefist haben wir den Bären, der halt indirekt was searchen kann. Fangen wir mal mit der Nap an. Die Vorteile sind halt, dass der Effekt sofort kommt. Im Gegensatz zu Bär. Sein Effekt kommt halt erst, wenn du Battle-Damage machst. Dann kannst du halt erst Tanky raussuchen und mit dem kannst du halt was searchen. Also indirekt searchen. Und das Play mit den Bären kann man halt leicht auskontern. MSP zum Beispiel auf Tanky, bevor es aktiviert wird. Oder den Angriff halt blocken. Miralforce und Prison. Oder halt einfach die Beschwörung mit BTA. Der Nap's Effekt ist halt konsistenter, stabiler. Kommt halt immer. Außer halt, du nicht kriegst den Effekt. Aber zum Beispiel bei BTA wird er trotzdem kaum. Und man muss halt nicht zuerst angreifen. Also ist nicht so konditionell bedingt auf bestimmte Sachen. Und First-Time kann man ihn halt besser einsetzen, um ein besseres Setup zu bekommen. Und First-Time Bär ist halt, kann eigentlich gar nichts halt. Deswegen wird Firefist wahrscheinlich immer als zweiter anfangen. Firefist Bär ist halt deswegen langsamer. Aber er hat noch einen kleinen Nebeneffekt. Und zwar kann ein Monster zerstören. Das ist nicht schlecht. Ein kleiner Bonus. Aber trotzdem würde ich im Vergleich den Punkt der Satella geben. Der Nap. Nächste Karte ist die Special Summon Engine der Decks. Auf der Satella Seite haben wir Satella Altair. Der ja eigentlich nur der Wolf Bug von den Satellas genannt wird. Deswegen auch ein direkter Vergleich zu Firefist und Coach Soldier Wolf Bug. Beide können halt Amos aus dem Grave specialen. Der Vorteil bei Satellas ist halt, du kannst Dänep dir holen. Und sein Effekt wird halt aktiviert. Also kannst du dir noch einen Altair auf die Hand holen und dann nächste Runde den Move nochmal machen. Und hingegen bei Wolf Bug wird der Effekt negiert. Du kannst halt nur Exiden, aber dafür kannst du diese Runde angreifen. Das heißt, du bist flexibler mit den Monstern, die du beschweren kannst. Und das heißt, du bist halt flexibler in den Plays, die du machen kannst. Mit Altair kannst du meistens nur dann zum Beispiel 101 oder Castell rufen, um ein Monster zu beseitigen, das dich stört. Weil du dann, wenn du seinen Effekt in der Grunde benutzt, nur mit Satellar Monstern angreifen kannst. Deswegen stört das manchmal und du kannst halt nur mit bestimmten Monstern die gegnerischen Monster entfernen. Und bei Wolf Bug kannst du halt mit jedem Exid Monster, das du beschwerst, angreifen. Beide Monster beschweren das gespecialte Monster aus dem Grave in Death. Wie gesagt, also wenn du mit Wolf Bug ein Monster Special ist, wird der Effekt negiert. Deswegen muss man, wenn man nächste Runde nochmal Wolf Bug machen will, auf Tiger King gehen. Der sucht dir dann einen Tanky und dann kannst du nochmal ein Setup aufbauen für die nächste Runde. So wie Satellar Knight alte. Deswegen würde ich hier auch Satellar Knight den Punkt geben, weil du einfach für nächste Runde nochmal ein Play aufbauen kannst. Nächste Karte, beziehungsweise die nächste Aufgabe von den Decks, die wir vergleichen, ist Satellar Knight Vega und Fire Formation Tenzu. Beide lassen dich halt nochmal eine zusätzliche Summon in der Runde machen. Die Effekte der Satellar Knight Monster sind halt alle begrenzt auf 1. Deswegen kann man jetzt nicht zum Beispiel Alter rufen, Effekt und dann auf Vega und Vega Effekt, dann nochmal auf Alter und dann nochmal auf Special. Um halt vier Monster zu haben. Das geht halt nicht. Mit Vega kann man halt nur maximal drei haben. Und dann halt auf Delta Cross gehen. Wohingegen die Fire Formation Tenzu Option drauf gibt, zum Beispiel zwei Wolf Bugs zu beschwören. Dann hast du vier und dann kannst du zweimal exiden. Und ein weiterer Vorteil ist halt, dass du das jederzeit aktivieren kannst. Wohingegen Vega halt nur, wenn du ihn beschwörst. Deswegen kann man zum Beispiel bei Tenzu mit Fire First erst einmal exiden, dann zum Beispiel irgendwas rauslocken, TT oder so und dann nochmal danach exiden. Das ist halt stärker. Deswegen würde ich dem Punkt hier Fire First geben. Als nächstes vergleichen wir Satellar Knight Unu Kalhai mit Fire First Gorilla. Beide sind halt sozusagen das zweite Monster, das zweite beatzige Monster im Deck. Sie sind beide sehr situationsanhängig, können das Spiel vorantreiben, das Setup aufbauen. Also sind halt nicht das Hauptmonster. Unu Kalhai meldet halt ein Monster. Damit kannst du halt deine Alters in der Hand oder die Colts lebendig machen. Und Gorilla kann dir halt Backroar schießen und dir auch was Surgen. Also beide Monster können dein Spiel vorantreiben. Da beide Decks sehr konstant sind und sich die zwei Monster jederzeit raussuchen können, wenn sie gebraucht werden, gebe ich den Punkt an beide Decks. Als nächstes haben wir die Surger Karte in dem Deck. In Satellar Knight haben wir dreimal Reinforcement. Die ist jetzt auf drei gegangen. Das macht das Deck sehr konstant. Und bei Fire First haben wir dreimal Tanky. Die ist auch schon seit gewisser Zeit wieder auf drei. Tanky gibt zwar auch noch 100 Attika dazu, aber dadurch, dass es halt mit MST negiert werden kann, gebe ich den Punkt hier an Satellar Knight. Als nächstes kommen wir zu der Schlüsselkarte des Decks. In Satellar Knight haben wir Alpha. Das Solem des Decks. Sehr stark, wie jeder weiß. Kann Monster Effekte, Zauber und Fallen negieren, was halt immer gut ist. Und das ist eine Konterfalle. Und bei Fire First haben wir Gyoku. Jeder der schon mal gegen Fire First gespielt hat, weiß wie nervig die Karte sein kann. Beide Karten sehr stark und blockieren halt den Gegner. Das eine halt negiert halt direkt und das andere lässt ihn die Karten nicht mehr aktivieren. Obwohl Alpha halt vom Effekt her eigentlich viel stärker klingt, würde ich beiden den Punkt geben, weil Gyoku kann man sich auch noch raussuchen. Das gibt ihm noch einen kleinen Push und deswegen würde ich beide gleich stark einschätzen. Als nächstes haben wir die Exceeds der Decks. Satellar Knight Deltaros für die Satellar Knights. Er ist nicht schlecht, also den bringt man jetzt nicht so oft raus, aber er kann gut kommen. Aber er hat einen guten Effekt und wenn er stirbt, dann kann man noch was spaschen. Also auf jeden Fall sehr gut, aber halt nicht so dringend. Fire First hingegen hat Tiger King und Kardinal. Beide haben sehr starke Effekte, die sehr vielseitig sind. Also Tiger King kann halt eine Fire First Sauberkarte aus dem Deck setzen. Deshalb kann man entweder Tenzu holen und sich searchen Wolfpack oder so für nächste Runde oder Yoku, die den Gegner blockt oder halt Tenzu, um nochmal ein Play auszupacken. Also sehr vielseitig ist Tiger King und Kardinal kann halt störende Sachen entfernen. Und deswegen würde ich auch den Punkt an Fire First geben, da die einfach mehr Optionen haben und ein bisschen vielseitiger sind. Aber ich weiß nicht wann der Deck auskommt, aber Satellar Knight wird ein sehr starkes Exit bekommen. Deswegen geht der Punkt hier an Fire First. Als Bonus habe ich noch für Satellar Knight die Karte Honest. Sehr mächtig, wie ich herausgefunden habe. Und es gibt dem Deck so einen kleinen Push noch, dass andere Decks in dem selben Gebiet, also Anti-Control Decks, eben nicht haben. Deswegen würde ich gesamt den Sieg an Satellar Knight geben, wobei ich sagen muss, dass Fire First jetzt nicht so schwach ist. Also es kann schon mithalten. Und zwar ein knapper Vergleich. Und falls ihr euch Satellar Knight nicht leisten könnt, weil Deneb und Alpha Ultra Wars sind, aber trotzdem die Spielweise mögt, Control, Anti, könnt ihr auf jeden Fall auf Fire First zurückgreifen. Tja, das war's dann auch schon. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tja, das war's dann auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.